Liebe Kundinnen, liebe Kunden, mein Name ist Renato Graf und ich möchte Sie herzlich bei uns in der Mifrey AG Grütze Garage in Winterthur begrüssen. Das Herz unserer Garage sind die Mitarbeiter, die täglich für Sie da sind und diese möchte ich Ihnen jetzt vorstellen. Mein Name ist Stefan Fehr, ich bin seit 1999 in diesem Betrieb. Ich habe hier die Lehre gemacht zum Automechaniker, beeinflusst durch meinen Grossvater und Vater, die beide schon seit 40 Jahren die Autos in diesem Betrieb kaufen. Ich bin dann über den Automechaniker in den Kundendienst gekommen, durfte ich dann in den Verkauf wechseln und mache jetzt die Verkaufsleitung. Die vierte Generation ist auch schon da, ich bin seit kurzem Vater von Zwillingsbuben. Ich heisse Gianfranco Falluomi, ich habe vorher bei der Versicherung gearbeitet, ich habe vorher Ängste verkauft und jetzt verkaufe ich pure Emotionen. Ich finde es mega schön, wenn meine Kunden mit ihrem neuen Auto und mit dem Lächeln nach Hause fahren können. Ich bin Markus Tüscher, ich bin jetzt auch schon eine Weile hier. Für mich ist es sehr wichtig, eine höhere Kundenzufriedenheit zu haben, Faszination an den neuen Techniken und natürlich ein ganz cooles Team um mich herum. Mein Name ist Werny Kursow und bei der Grützgarage, der technische Betriebsleiter. Als ich vor 40 Jahren angefangen habe, hat das noch ganz anders ausgesehen. Da ist noch alles weise rundherum gewesen und ist noch nichts verbaut gewesen. Gleich geblieben ist, ist die Kollegialität. Wir sind ein richtiges Team, das einer für den anderen da ist. Darum bin ich immer noch dabei. Ich bin Daniel Ramos, ich komme aus Mexiko, dort Automechaniker gelernt, aber als Animator gearbeitet. Und dann habe ich meine Frau gelernt. Und darum bin ich in der Schweiz gekommen. Jetzt bin ich themenfrei. Ich arbeite gerne, sehr stolz meinen Job in der Aufbereitungsabteilung und es ist traurig, wenn ein Auto dreckig ist. Aber am Schluss sagen wir, es ist ein wunderschönes Auto, es ist sauber und das habe ich gemacht. Mein Name ist Germano Zuliani, ich bin seit 28 Jahren in der Grützgarage. Aus Freude, Freude an Menschen. Aber die gleiche Freude haben die Menschen auch an mir. Das denke ich auf jeden Fall. Ich setze viel Vertrauen in unsere Kundschaft und das gleiche Vertrauen geben sie mir an Retour, weil ich auch das Vertrauen in das Produkt und natürlich auch die Freude des Produkts. Mein Name ist Markus Lanker. Mein Job in der Grützgarage verbindet für mich zwei wunderschöne Sachen. Das ist der Kontakt mit Menschen im Verkauf und meine Leidenschaft zur innovativen, sportlichen Marke BMW. Mein Name ist Anina Lanker. Die Leidenschaft, die mit der Marke MINI verbunden ist, hat mich schon immer begeistert und so bin ich dann natürlich auch mit einem MINI am Vorstellungsgespräch vorgefahren und freue mich darum, dass ich diese Leidenschaft auch dort mit meinen Kunden teile. Ein paar von unseren Mitarbeitern haben Sie jetzt gesehen. Wenn Sie Sie persönlich möchten kennenlernen oder auch den Rest des Teams treffen, kommen Sie vorbei. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. liegenden Körn! Lägemene Körn! Lägemene Körn! Lägemene Körn! Lägemene Körn! Vielen Dank.